Ich bin an freier Tag im Büro. Hey Leute, was geht? Ich zeige euch heute endlich mein geisteskrankes Fitness-Officer und mein riesiges Studio, was ich mir gebaut habe. Es hat eine Menge Kohle gekostet. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele korrekte Partner am Start. Erst mal ein riesiges Dankeschön an die, die geholfen haben, das Ganze hier zu verwirklichen. Leute, ich küsse eure Augen. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung natürlich auch sämtliche Erwähnungen, zwischendurch meine Freunde. Denn hier ist einiges gebacken worden, seitens Sponsorings und natürlich auch seitens finanzieller Investitionen. Ich kann nämlich hier ganz pornös in meinem Büro, meine Freunde, einfach mein Licht runterdämmen, wie ich möchte. Ich kann hier Farben einstellen, ja. Also das ist auf jeden Fall hier das Montana Black Glory Hole an der Stelle hier. Weil, wie gesagt, so viel LED und so viel Farben, da wird der Monze ganz spitz an der Stelle. Geil, Digga. Leute, was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall ganz nice hier. Wie gesagt, ich kann hier sämtliche Farben einstellen. Ich kann das hier alles quasi so programmieren, wie ich möchte. Ich kann das hier einzeln runterdämmen, einzeln hochdämmen. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, dass man hier unten im Keller sitzt, Leute. Und in so einem Keller ist es meistens ziemlich dunkel. Klar, ich hab hier vorne ein Fenster und so. Aber eigentlich ist es dann doch ganz nice, so ein bisschen natürliches Licht, sich doch dazu zu holen. Wie gesagt, ich hab hier in den Russen Wald ja von hinten beleuchtet. Ich hab meine Keylights von Elgato und so weiter und so fort. Ich hab die ganzen LEDs. Hier ist eigentlich immer genug Licht drin und immer genügend Helligkeit vorhanden, sodass ich hier auf jeden Fall nicht müde und schläfrig werde. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn man in so einem Keller sitzt. Aber das Geile an so einem Keller ist, dass ich halt so laut sein kann, wie ich will! Junge, ist das ein fucking Erd? Ja, so viel dazu. Was wir hier vorne noch haben, meine Freunde, ist ein wunderschöner zweiter Arbeitsplatz, der nicht für einen Kader geeignet ist. Also ist ja schon theoretisch, aber ich will halt hier eigentlich keinen mehr sitzen haben, weil das ist eine Zumutung, wenn ich rumschreie. Deshalb sitzt der Kader jetzt demnächst oben, der Neue, und da geht ein kleines Carbon hoch und der hat dann halt sein eigenes Beziehung, seinen eigenen Arbeitsbereich. Jetzt denken sich immer viele, Aber hey, warum ist mir hier noch ein Computer? Auch wenn es nicht so aussieht, ich habe ziemlich oft Freunde zu besucht. Auch wenn man also das nicht von mir denkt, ich habe Freunde, das braucht ihr jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, irgendwas anderes. Die kommen dann immer hier zwischendrin vorbei und da wird hier ein bisschen gezockt. Hier vorne, meine Freunde, neben diesem wunderschönen Revista LED-Schild, habe ich mir noch was ganz Feines ausgedacht. Und zwar ist hier oben mal ein Erdstück von meiner Oma, eine alte Zitta, die aus Kohlen stammt. Mega, mega simples Instrument, eigentlich man zupft da so dran, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob man daran zupft, vielleicht geht man doch einfach nur tun. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das spielt, Leute. Aber es ist, wie gesagt, ein Erdstück von meiner Oma. Von daher habe ich mir das hier ins Büro gestellt, weil es einfach eine schöne Erinnerung ist. Und ich dachte, so der Bezug zur Musik ist hier unten nicht unschwerbar zu erkennen. Ist auch auf jeden Fall hergestellt, von daher passt das hier ganz gut rein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir da rüber. Aber das Problem dabei ist, dass Thomas auch wieder komplett reingeschickt hat und wir an der Stelle das Ding hier nochmal drehen mussten. Deshalb wunderte ich nicht, wenn ich komplett anders aussehe, komplett andere Klamotten an habe und komplett anders spreche. An der Stelle ein riesiges Dankeschön an Elgato, die mich hier auf dem Streamback ausgestattet haben und so weiter sofort. Und dann kommt hier auch nochmal ein neues Streamback dazu. Ich möchte aber noch nicht mehr verraten. Das kommt auf jeden Fall dann auch in meinem Livestream. Könnt ihr sehen, was ich damit alles für Faxen vorhabe. Hier habe ich vier Bildschirme, meine Freunde. Das sind wirklich die leckersten Bildschirme, die ich jemals in meinem Leben hatte. Beziehungsweise gerade die drei Hauptmonitoren hier, die einfach nur Zucker sind. Denn das sind 240 Hertz, 1080p Asus Gaming Monitoren, meine Freunde. Die genaue Bezeichnung und die Verlinkung könnt ihr natürlich bei allen Partnern, wie bei Elgato und bei meinem Max Normingstuhl und auch bei diesem wunderschönen Bildschirm in der Videobeschreibung finden. Und die Dinger haben mich tatsächlich, man will es nicht glauben, aber sollte ich besser ein Fortnite gemacht, weil mit 240 Hertz spielt es sich einfach besser und gelassen. Also man kann sich das hier mal angucken. Die laufen alle, wie gesagt, hier oben ist noch ein alter Bildschirm, den ich mir damals selber geholt habe. Maximales Terrorprogramm gerade, wenn man glaube ich jetzt hier reinhört, hört man viele Videos von mir gemischt. Das muss nicht unbedingt sein. Ich mache nochmal ganz natürlich auch hier das Licht mit meinem Handy aus. Leute, es ist geil. Ich bin so ein kleiner Technik-Fan geworden. Und es ist geil, aber zu sehen, dass man sowas alles am Handy mittlerweile machen kann, beziehungsweise per App selber steuern kann. Wie gesagt, diese drei Monitore sind quasi meine Hauptmonitore. Der obere Monitor ist meistens für mich nur Ablagefenster, beziehungsweise teilweise sogar noch Production Monitor. Da können irgendwelche Plugins-Effekte oder sowas drauflegen. Oder auch teilweise einfach nur irgendeine Random-Shit, wie zum Beispiel bei Streams bei mir, mal Spotify oder andere Programme, die ich irgendwie zu streamen brauche. Das sind meine drei Main-Monitore. Wie gesagt, 240 Hertz. Ich glaube, es sind 24 Zoll-Monitore. Das reicht auf jeden Fall dicke zum Zocken. Und das sind maximal leckere Sachen. Also kann ich einfach nur an der Stelle mal ein fettes Shoutout an Asus dalassen. Vielen, vielen Dank dafür. Ebenso, meine Freunde, seht ihr, dass hier noch ein zweiter Mikrofonständer ist. Und ich habe ja eben schon mal das Thema Podcast so ein bisschen angesprochen. Und ich habe auch schon mal die ersten Podcast-Gäste. Und der erste Podcast-Feed wird sehr, sehr bald kommen. Ich werde es so machen, dass ich mit meinem Podcast-Gast vorher immer ein Video aufnehme, welches dann zeitgleich mit dem Start des Podcasts ungefähr an den Start geht. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Das kriegt Thomas schon irgendwie hin. Das läuft schon, Alter. Und freue mich auf jeden Fall auf diese ganzen Podcast-Feeds. Denn wie gesagt, hier habe ich nochmal ein zweites Schuhe SM7B, welches dann hier auch sein wird. Ebenso, wie ich hier zwei Tennis-Trips habe mit zweimal der gleichen Effektkette. Da ist ein Gain, da ist ein Gate und ein Kompressor drin, damit die Stimme einfach richtig schön warm und saftig sind. Ja, ihr kennt das. Das ist quasi hier, wie gesagt, mein Podcast-Setup, wo ich dann einfach noch ein Gast neben mir sitzen habe, welcher mit der Kamera eingefangen wird. Oder wenn wir auf den Sofa setzen mit der Kamera oder mit der Kamera, sind ja genug da, ne, blöd gesagt. Genau, schön ist auf jeden Fall dieser wunderschöne Schreibtisch, den ich damals von Wohnsessionen bekommen habe. Da habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht. Das ist natürlich auch nochmal ebenso wie die Seite von Wohnsessionen verlinkt, Leute. Ich kann aber nicht aufhören mit diesem Redepunkt, Leute. Was wir geleistet haben, Jungs, ist eine absolut geile Nummer. Der Schreibtisch würde an sich, glaube ich, eine Million Dollar kosten in der Größe. Und ist halt, wie gesagt, hier mit Epoxy Harz gemacht. Da gibt es gleich nochmal ein paar Beauty-Shots von. Das seht ihr immer hier zwischendurch, wenn ich quasi laber. Und hat halt das wunderbare Video, dass hier oben die Kamera fest eingebaut ist quasi. Das heißt, ich kann hier mit dem Kugelstativ einfach wieder in die Richtung drehen, wo ich möchte. Und kann dann quasi wieder meiner normalen Streaming-Aktivität nachgehen. Wenn ich sage, hey, ich habe genug Mucke gestreamt. Es ist alles sehr funktionell und maximal auf die Produktivität hier ausgerichtet. Macht einfach nur Spaß. Ich habe hier nochmal zwei Yamaha 7-Sol-Boxen, die ich mir einfach selber gekauft habe. Weil ich dachte, hey, zum Musikproduzieren ist es ganz nice, die auf Kopfhöhe zu haben. Und genau das haben die Jungs von Vorsitzung berücksichtigt. Die Boxen scheinen, wenn ich die Sitze quasi richtig in meinen Schniteln hinein. So wie es sein muss auf Kopfhöhe, damit ich hier den maximal besten Klang haben kann. Ebenso steht da unten nochmal ein Zattel von Yamaha, der mir gerade beim Auflegen mit diesen beiden Boxen ebenso auf Kopfhöhe. Ein maximal gutes Gefühl davon gibt, ob meine Höhenbesten und Mitten noch alles da in der richtigen... ...in der richtigen Konzentration zusammensteht. Oder halt auch nicht. Und das ganze Ding hier wäre, wie gesagt, nicht möglich, wenn ich diesen wunderbar fetten PC hier hätte, Leute. Ihr habt das Video wahrscheinlich zu vertreten gesehen. Und ich kann immer nur noch sagen, dieses Baby, Leute, es macht einfach echt sehr viel Spaß. Also ihr seht auch schon, dass hier Kabelbänden mit mir noch ein bisschen was zu machen ist. Ich habe hier schon einen Kabelkanal angebracht, wo alles klar, wie vorne mit diesen fünf Schalter steuerbar ist. Das seht ihr hier gerade, wie gesagt, in den ganzen Zwischensequenzen. Aber ohne diesen PC-Bot-Case, wie meine Freunde, wäre dieses ganze Büro nicht betreibbar. Denn wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Videosignal von der Kamera kommt. Und ein Videosignal von der Kamera und ein Videosignal von der PC. Und vielleicht sogar noch ein Signal von meinem PC. Und das Ganze wird irgendwie gerendert und verarbeitet. Da braucht es einen sehr kräftigen PC. Und die kompletten Specs, das heißt die ganze Konfiguration, so wie auch den Link zu Casing, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung heute. Denn das Ding hier, Alter, mit zwei Zweigen GeForce RTX und dem i9-Prozessor und der Custom-Bild-Wasserkühlung ist einfach nur nice. Und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen, meine Freunde, das hört man eigentlich gar nicht. Also eigentlich schnurrt so wie eine tote Katze, weil die macht halt keine Geräusche. Ah ja. Ich kann einfach nur sagen, das macht echt einiges sehr viel leichter bei mir im Leben. Und ich freue mich, dass dieses Ding an meiner Seite steht. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit diesem Büro. Und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das mit den Kameraansichten aussieht. Ne, zeige ich euch nicht. Ich würde sagen, das schauen wir jetzt alles mal im Livestream an, wenn es so weit ist, meine Freunde. Ich möchte euch jetzt auch ein kleines bisschen überraschen. Wartet auf jeden Fall, wie gesagt, ab. Die Streams, die aus diesem Raum hier kommen, werden sind Killer. Es wird eine Menge Musikstreaming geben, es wird eine Menge Talkshow und Realtalkstreaming geben mit sehr, sehr interessanten Gästen. Da können Gäste aus der Politik, aus der Pornoindustrie, aus YouTube, aus dem Musikbereich, Thomas ist nicht eingeladen, das tut mir leid. Auf jeden Fall, verschiedenste Leute sind mit dabei und es wird definitiv spicy und nice. Und ich habe diesen kompletten Raum quasi nur entworfen am Reißbrett quasi mit einem Architekten-Team quasi zusammen. Ich habe gedacht, ey, ich brauche was richtig Krasses, ich möchte ja was machen, was irgendwie auch keiner so sehr gemacht hat. Und ich glaube, wir sind jetzt zu einem echt geilen Druck gekommen. Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe, außer dieser blöden Kiste, da sind wieder nur Kostüme drin, meine Freunde, mehr ist noch nicht drin. Es ist auf jeden Fall eine 10-fache Steigerung zu dem, was ich im Ufo hatte. Ich fühle mich hier sehr wohl. Gut, es gibt noch ein paar Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnt hatte. Unter anderem habe ich hier noch ein Lüftungssystem drin, das heißt, hier ist eine Klimaanlage. Ich brauche nicht mal das Fenster aufmachen, hier zirkuliert ganz langsam Luft und ganz leise Luft im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall eine echt leckere Sache. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir am Ende sind, das ist ja ganz ein Lunter, meine Freunde. Kommen wir mal ganz kurz zum Party-Modus, den ich hier anmache. Dann bin ich hier mit ungefähres Bild davon gekommen, was ja eigentlich möglich ist. Die sind immer sehr viel schneller. Ich habe das mal ein bisschen versucht zu programmieren. Es ist gar nicht so einfach, dieser Programmmart, muss da nicht so zu verstehen. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass hier echt einiges in meinen LEDs verbaut ist. Und ich glaube, dass es keinen Raum gibt, der so viel Technik in den Wänden verflägt hat, wie bei mir. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel halt ein Router, der einfach mal hier in die Wand mit eingesetzt ist. Oder halt eine komplette Knopfleiste, mit der ich halt hier sämtliche sich steuern kann. Achtung, Thomas, da Licht geht, das ist ausgegangen. Also ihr seht auf jeden Fall, dass das hier wirklich das Next Level Man Cave Ding ist. Der Next Level Gaming Room, meine Freunde. Ich bin super, super froh, dass ich hier bin. Der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass ich das Ganze noch irgendwie mit der App verbinde, dass ich jetzt alles hier bei der App steuern kann. Das ist aber der nächste Schritt. Ich bin eigentlich schon sehr, sehr zufrieden momentan und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und es ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum Ufo hin. Wie gesagt, ein paar Sachen fehlen noch. Schreibt mir unbedingt hier in die Kommentare, was ihr in diesen wunderschönen Schränken noch sehen wollt. Gerade solche Figuren hier, solche Geschichten und solche Geschichten. Oder auch hier sowas wie den lieben Gollum oder Deadpool, hätte sich lieben gern hier in meinem Regal stehen. Richtig große Figuren. Wenn ihr da gute und vernünftige Alternativen habt, schreibt mir gerne, wie gesagt, davon welche in die Kommentare. Sagt mir auf jeden Fall, wie euch der Raum gefallen hat, meine Freunde. Ich finde wirklich, dass wir hier was Einzigartiges geschaffen haben. Und ich weiß auch gar nicht noch, warum läuft jetzt direkt nach mir zweimal eigentlich ungeklickt. Was soll das eigentlich? Finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's für dieses wunderschöne Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei allen Partnern vorbei. Riesiges Dankeschön auf jeden Fall an Maxnomic natürlich, an Case King, an Wohnsektionen, die diesen unglaublich heftigen Schreibtisch gemacht haben. Natürlich auch an Elgato und natürlich an Asus Zucker, diese Bildschirme. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Maximal geil. Ihr seht auf jeden Fall, das wäre auch alles gar nicht ohne diese ganzen Partner möglich gewesen. Beziehungsweise wäre es wahrscheinlich schon, aber da hätte ich maximal viel Kohle ausgegeben. Und ich bin auf jeden Fall echt mega, mega dankbar, dass es so geklappt hat. Ich wünsche euch allen noch einen echt schönen Tag. Lasst auf jeden Fall gerne berechtigtes Feedback zu diesem Raum da. Ich hoffe, es hat euch genauso gut geschmeckt wie mir. Und freut euch auf jeden Fall auf den Content, der hier erstellt wird, denn das wird, wie gesagt, Next Level. Wir sind fast fertig, wie gesagt. Ein Geheimprojekt ist noch, aber davon erfahrt ihr bald noch mehr. Und ich habe noch ein anderes Geheimprojekt, meine Freunde. Ich kann euch das mal ganz kurz erzählen, bevor ich jetzt hier ausmache. Hier ist ein Kellerschacht. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, was sogar möglich wäre, da einen kleinen Garten, eventuell sogar mit einem Tier reinzusetzen. Ist relativ schwierig. Ich glaube, das Tier lasse ich weg, aber gartenmäßig würde ich da echt gerne was reinpacken. Es gab verschiedenste Ideen, auch mit einem großen Aquarium oder das habe ich mir abgeschminkt. Ist ja auch egal. Dazu kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Ich küsse eure Augen, meine Freunde. Vielen Dank für euren Support und danke, dass ihr das hier alles möglich gemacht habt. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich hoffe, euch gefällt der Content, der hier in dieser Kreativbunkerhöhle im Space entsteht. Ich küsse eure Augen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.